Als Ministerpräsident haben Sie sich ja auch dafür eingesetzt, dass gerade in der Grenzregion Französisch als erste Fremdsprache gelernt wird. Hat das damals gerade auch bei den Eltern Anklang gefunden oder war da viel Skepsis? Nein, es war nur bei einer Minderheit Zustimmung bei den Eltern. Es war volle Zustimmung bei den Bürgermeistern, volle Zustimmung bei den Landräten, volle Zustimmung bei den Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern, aber keine Zustimmung bei der Mehrheit der Eltern. Die haben gedacht, dass man ihren Kindern etwas Schlechtes antut, wenn man ihnen nicht die Chance gibt, als erste Fremdsprache Englisch zu lernen. Englisch ist die Weltsprache. Wir haben ja überhaupt nichts gegen Englisch, sondern uns war es ein Anliegen, dass entlang der Grenze, der früheren Grenze, der Rheinschiene, die Sprache des Nachbarn gelernt wird. Damit ein Handwerksmeister hinüber und herüber kann. Damit deutsche Jugendliche, wenn sie ins Tanzalter kommen und am Samstagabend ausgehen, nicht 30 Kilometer ins eigene Land zurückfahren, sondern drei Kilometer über den Rhein fahren und sich mit französischen Jugendlichen treffen und umgekehrt. Die Sprache ist die einzige Barriere, die es noch gibt zwischen Deutschland und Frankreich. Ich habe davor, war ich acht Jahre Bürgermeister, habe eine Partnerschaft mit einer französischen Stadt begründet, mit Salange an Nôte Savoie, zwischen Genf und Chamonix am Mont Blanc. Und mein Partnerbürgermeister in Salange war 72 Jahre alt und ist in zwei Weltkriegen gegen Deutschland gestanden. Ich war 28 Jahre alt und als er mich zum ersten Mal besucht hat in Speichingen, hat er zu mir gesagt, ich will, dass sich die junge Generation unserer beiden Städte kennenlernt. Denn wer sich kennt, schießt nicht aufeinander. Der Satz ist mir auch ein Leben lang geblieben. Und da will ich einen Satz zu der Bedeutung der Partnerschaften sagen. Die deutsch-französische Verständigung ist selbstverständlich ein Werk von weitblickenden Staatsmännern wie Robert Schumann, wie Adenauer, wie de Gaulle, aber auch andere, die dazu beigetragen haben, dass zum ersten Mal die Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder zur Vorkriegszeit wurde, wie vorher immer. Sie ist das Werk des deutsch-französischen Vertrags und der Abstimmung der Außenpolitik, auch des gemeinsamen Vorgehens in Europa. Sie ist aber auch das Werk von über 400, nein, 600 Partnerschaften allein zwischen baden-württembergischen, nicht zwischen deutschen, zwischen baden-württembergischen Städten und Gemeinden und französischen Städten und Gemeinden. Sie ist das Ergebnis des Jugendaustausches, des Studentenaustausches von deutsch-französischen Vereinen, die es auf beiden Seiten gibt, die auch die französische Sprache in Deutschland und umgekehrt die deutsche Sprache in Frankreich gefordert haben. Und so möchte ich sagen, die deutsch-französische Freundschaft ist heute verankert in den Herzen der Menschen. Und deswegen ist ein Krieg undenkbar geworden zwischen unseren beiden Ländern und Völkern.